Da aber Jesus es hörte, zog er sich zurück von dort in einem Schiff an einen öden Ort für sich allein. Und als sie es hörten, folgten ihm die Scharen zu Fuß von den Städten. Und da er herauskam, gewahrte er eine zahlreiche Schar, und es jammerten ihn ihrer, und er ließ ihre Siechen genesen. Da es aber Abend ward, kamen die Jünger zu ihm und sagten, Öde ist der Ort und die Stunde schon vergangen, entlasse nun die Scharen, auf dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speisen kaufen. Jesus aber sagte zu ihnen, sie brauchen nicht hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, nichts haben wir hier, als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sagte, bringet sie her zu mir. Und er befahl den Scharen, sich auf dem Grase zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf in den Himmel, segnete und brach sie und gab den Jüngern die Brote, die Jünger aber den Scharen. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben die Überflüssigen der Brocken auf, zwölf Tragekörbe voll. Die aber aßen, waren etwa fünftausend Männer, ohne die Frauen und Kindlein. Und geradewegs nötigte er seine Jünger, einzusteigen in das Schiff und ihm vorauszufahren an das jenseitige Ufer, bis dass er entlasse die Scharen. Und als er die Scharen entlassen, stieg er hinauf auf den Berg für sich, um zu beten. Als es aber Abend ward, war er da selbst allein. Das Schiff aber war schon viele Stadien weit vom Lande entfernt und war in der Mitte des Meeres, gequält von den Wogen, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Wache der Nacht aber kam er zu ihnen, wandelnd auf dem Meere. Die Jünger aber, da sie ihn gewahrten auf dem Meere wandelnd, erregten sich und sagten, Ein Gespenst ist es, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber sprach Jesus zu ihnen und sagte, Fasset Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. Als Antwort aber sagte Petrus zu ihm, Herr, wenn du es bist, befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sagte, Komm! Und von dem Schiffe herabsteigend, wandelte Petrus auf den Wassern, auf das er komme zu Jesu. Aber auf den starken Wind blickend, fürchtete er sich. Und da er begann zu versinken, schrie er und sagte, Herr, rette mich! Geradewegs aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Kleingläubiger, zu was zauderst du? Und da sie hinaufsteigen in das Schiff, flaut der Wind ab. Die in dem Schiff aber beten ihn an und sagen, Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du! Und da sie hinüberfuhren, kamen sie auf das Land nach Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie in jene ganze Umgegend, und sie brachten zu ihm alle, die übel dran sind mit Krankheit. Und sie sprachen ihm zu, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren möchten. Und so viele, wie ihn anrührten, wurden durch und durch gerettet. Dann kommen zu Jesu von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte und sagen, Weshalb übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen die Hände nicht, wenn sie Brot essen. Als Antwort aber sagte er ihnen, Weshalb auch übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott sagte, Ehre den Vater und die Mutter, und der gegen Vater oder Mutter übel redet, im Tode verscheide er. Ihr aber sagt, wer da sollte sagen zum Vater oder der Mutter, eine Nahgabe ist, was dir von mir sollte zunutze werden, der soll seinen Vater überhaupt nicht ehren. Und ungültig macht ihr Gottes Wort um eurer Überlieferung willen. Heuchler, trefflich prophezeit Jesaja von euch, da er sagt, Dies Volk, mit den Lippen ehrt es mich, ihr Herz aber hat völlig genug, weit weg von mir. Eitlerweise aber verehren sie mich, lehrend als lehren die Vorschriften der Menschen. Und die Scharen herzurufend, sagte er zu ihnen, Hört und versteht, nicht, dass da ein geht in den Mund, macht gemein den Menschen, sondern, dass aus dem Mund heraus geht, dies macht gemein den Menschen. Dann kamen die Jünger herzu und sagten zu ihm, Weißt du, dass die Pharisäer, da sie das Wort hörten, es sich zum Fallstrick werden ließen? Als Antwort aber sagte er, Jede Pflanze, die mein Vater, der himmlische nicht pflanzt, wird entwurzelt werden. Lasset sie, blinde Leiter sind sie der Blinden, so aber ein Blinder einen Blinden leitet, werden beide in die Grube fallen. Als Antwort aber sagte Petrus zu ihm, Erkläre uns das Gleichnis. Er aber sagte, Seid auch ihr unverständig auf diesem Punkt? Begreifet ihr noch nicht, dass alles, das da geht hinein in den Mund, sich im Leibe Raum macht und in den Abort wird ausgeworfen? Das aber herausgeht aus dem Munde, aus dem Herzen kommt es heraus, und dasselbige macht gemein den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen heraus böse Folgerungen, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Diese sind es, die da gemein machen den Menschen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht nicht gemein den Menschen. Und von dort ausgehend zog Jesus sich zurück in die Gebiete von Tyrus und Südern. Und siehe, ein kananäisches Weib kam heraus von jenen Grenzen, schrie und sagte, Erbarme dich meiner her, du Sohn Davids. Meine Tochter ist übeldämonisch besessen. Er aber antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger kamen zu ihm, ersuchten ihn und sagten, Entlasse sie, da sie hinter uns herschreit. Als Antwort aber sagte er, Nicht ward ich geschickt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam, betete an vor ihm und sagte, Herr, hilf mir! Als Antwort aber sagte er, Nicht schön ist es, das Brot der Kinder zu nehmen und hinzuwerfen den Hündlein. Sie aber sagte, Ja, Herr, denn auch die Hündlein essen von dem Abfall, der da fällt von dem Tisch ihrer Herren. Dann sagte Jesus als Antwort zu ihr, O Weib, groß ist dein Glaube, es geschehe dir, wie du willst. Und geheilt war ihre Tochter von jener Stunde an. Und da er von dort weiterging, kam Jesus an das Meer Galileas. Und da er hinaufstieg auf den Berg, setzte er sich dort. Und es kamen zu ihm viele Scharen, die hatten bei sich Lahme, Blinde, Taubstumme, Verstümmelte und viele Andersartige. Und sie warfen sie ab neben seinen Füßen, und er ließ sie genesen, sodass die Schar staunte, da sie erblickten, dass Taubstumme sprechen, Verstümmelte gesund sind und Lahme wandeln und Blinde erblicken. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Jesus aber, seine Jünger herbeizurufend, sagte, Mich jammert der Schar, da sie schon drei Tage bei mir verharren und nichts haben, das sie essen, und ich will sie nicht fastend entlassen, damit sie nicht auf dem Wege ermatten. Und die Jünger sagen zu ihm, Woher sind in der Wildnis für uns so viele Brote, sodass man sättige eine so große Schar? Und es sagt Jesus zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten, Sieben und wenige Fischlein. Und als er die Schar angewiesen, sich niederzulassen auf der Erde, nahm er die sieben Brote und die Fische, und dankend brach er sie und gab den Jüngern, die Jünger aber den Scharen. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben das Überflüssige der Brocken auf, sieben Körbe voll. Die aber aßen, waren etwa viertausend Männer, ohne die Frauen und Kindlein. Und als er die Scharen entlassen, stieg er ein in das Schiff und kam in die Grenzen von Magadan. Wenn du den Weg gehen möchtest, der für dich gemacht ist, dann lauf los. Wenn du laufen kannst, dann würde ich die Wahrheit von der Lüge freimachen. Nur so erhältst du ein Leben mit Sinn. Doch bitte beachte, vor dir liegt ein Labyrinth für deinen Geist. Bleibe auf dem geraden Weg, dann kannst du dich nicht verlaufen. Nur der gerade Weg führt dich zur Wahrheit und zum Leben.